Ich mach dich locker fertig. Na, was machst du jetzt? Och Mann! Ja, gewonnen! Oh nein! So, ich würd mal sagen, das ist eindeutig Sachbeschädigung, ne? Also 3,99 Euro plus die Versandkosten natürlich, ne? Und jetzt passt lieber auf, weil sonst kriegt deine Mutter noch eine schöne Rechnung. Ähm, Timothy, ne? Ich hab deine Mutter gesagt, die soll sich um 5.57 Uhr abholen und ist schon fast 6. Ja, ich hab nur drei Schnitzel gekauft, das reicht leider nicht für uns alle. Also würde ich dich bitten, vor der Tür zu warten, ne? Hallo, hier bin ich schon. Na, schön, dass du da bist, Beate, ne? Also ich fick 50 Euro für Lebensmittel und ein paar Umkosten, weil dein Kleiner frisst wie ein Mähdrescher, ne? Ähm, ich hab jetzt kein Bargeld ab. Paypal geht auch. Okay.